So gefährlich ist unser Essen, 125 Lebensmittel im E-Test-Zusatzstoffe, das klingt harmlos. Sie verstärken den Geschmack, machen das Essen haltbarer, und stehen im Verdacht, Krebs zu erregen, Allergie, Alzheimer oder Osteoporose auszulösen. Das Plus-Magazin recherchierte, sprach über die E-Nummern mit Ärzten sowie Verbraucherschützern. Das Ergebnis, viele Zusatzstoffe sind gefährlicher, als wir dachten. Rätselhafte Codes stehen auf unseren Lebensmitteln, E-331, 339 und 341 im Schmelzkäse, Mononatrium Glutamat im Hühnerfrikassee, Phosphorsäure in der Fleischwurst. Natürlich hört sich das nicht an und doch steht es im Supermarkt in den Regalen und gilt als Nahrungsmittel. 70% der Verbraucher verzichten daher am liebsten auf Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Sie misstrauen den Nummern und Namen. Wofür steht das E? Das E steht für ein einfaches Wort, essbar. 318 essbare Zusatzstoffe hat die EU für Lebensmittel zugelassen. Hinzu kommen mehrere tausend Substanzen ohne E-Deklarierung. Allen gemein ist, sie gelten in den Augen der Behörden als harmlos. Daran zweifeln Experten. In ihrem Ratgeber was bedeuten die Enormann-Rate die Verbraucherzentrale bei 88 Zusatzstoffen, diese nicht häufig zu verzehren. Von 10 Zusatzstoffen raten die Ernährungsexperten ab. Einige Beispiele, Süßstoffe, E-Fragezeichen 950, 952, 954, 957, stehen im dringenden Verdacht, über Gewicht zu fördern auch über ein erhöhtes Risiko für krebses gutieren Fachkreise. Schwefeldioxid und Sulfide, E-Fragezeichen 220-223, minus als Konservierungsmittel in Wein, Trockenfrüchten und Kartoffelpüree eingesetzt, können U. A. Migräne, Kopfschmerzen und Asthma auslösen. Nitrate und Nitrite, E-Fragezeichen 210-213, machen Wurst und Fleischwaren lange haltbar. Sie stehen im dringenden Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen. Zitronensäure und Zitrate, E-Fragezeichen 330-333, häufige Geschmacksstoffe in Limonaden und Süßigkeiten, greifen in hohen Dosen den Zahnschmelz an. Phosphorsäure und Phosphate, U. A. E-Fragezeichen 338-341, führen bei häufigem Verzehr zu Knochenschwund. Der tausendfach eingesetzte Geschmacksverstärker Glutarmat soll Alzheimer fördern. Glutarmat wirkt auf Nervenzellen wie Gift, sagt Professor Konrad Bereuter, einer der führenden Alzheimer-Forscher in Deutschland. In keinem herzhaften Fertiggericht fehlt dieser Geschmacksverstärker. Auch in Tütensuppen, Würzmischungen, Fertigsaucen und Wurst ist er enthalten. Alzheimer-Gefahr durch Glutarmat Normalerweise gelangt Glutarmat nicht vom Blut ins Gehirn. Bei Alzheimer ist diese Bluthirnschranke gestört, erklärt Professor Bereuter. Wissenschaftler befürchten eine Beschleunigung des Alzheimer-Fortschritts durch Glutarmat. Die Experten raten, meiden sie Lebensmittel mit dem Zusatzstoff Glutarmat sowie natürliche Glutarmat-Quellen. Dazu zählen Parmesan-Käser- und Sojasosse. Süßstoffe schaden mehr, als sie nutzen, statt beim Abnehmen zu helfen, machen sie die Menschen dicker. Eine Studie mit rund 80.000 Frauen in den USA belegt, Benutzer von Süßstoff nehmen innerhalb von einem Jahr ein Kilogramm mehr zu als andere Menschen. Das Ergebnis verwundert nicht. Schließlich mischen die Produzenten von Futtermitteln Süßstoffe ins Schweinefutter. Effekt, die Tiere essen mehr und nehmen schneller zu. Krebsgefahr durch Süßstoffe, schwerer wirkt dieser Verdacht, die Süßstoffe Aspartam, Köklamat und Sakkaren erhöhen das Krebsrisiko. Dafür gibt es keine Belege, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, G. In den üblichen Mengen verzehrt sind alle in der EU zugelassenen Süßstoffe sicher. In den USA ist Köklamat seit Jahrzehnten verboten. Zu Beginn der 70er Jahre zeigten Versuche mit Ratten, hohe Dosen erhöhen das Risiko für Blasenkrebs. Bis heute ist für US-Experten dieser Krebsverdacht nicht widerlegt und Köklamat bleibt in den USA verboten. Das Beispiel Süßstoffe ist exemplarisch für die gesamte Zusatzstoffdiskussion. Was für die einen Experten als ungefährlich gilt, ist für andere Fachleute verdächtig. Kein Wunder, dass Verbraucher verunsichert sind. Zweifelhafte Zulassungen, mehr Vertrauen fassen sie auch nicht, sehen sie sich die Zulassungspraktiken bei den Zusatzstoffen an. Die Hersteller müssen den Behörden, beispielsweise in Deutschland dem Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR, nachweisen, dass ihr Zusatzstoff unbedenklich ist. Das geschieht mit Tierversuchen. Die sind nicht exakt auf Menschen übertragbar. Das Problem ist dem BFR bewusst, deshalb schauen wir im Tierversuch, bis zu welcher Dosis keine unerwünschten Wirkungen auftreten, erklärt Jürgen Kundke vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und diese Zahl teilen wir durch 100, um die Unterschiede zwischen Mensch und Tier zu berücksichtigen, so Kundke. Liegen nicht genügend Daten vor, wählen wir einen größeren Sicherheitsfaktor. Das Ergebnis ist die akzeptable tägliche Aufnahmemange für Menschen, ein Leben lang. Unrealistische Prüfverfahren, das bezweifeln Kritiker vehement. Dieses Prüfverfahren ist unrealistisch, sagte der Lebensmittelchemiker Uldopolmer. Damit können sie nicht nachweisen, ob die Zusatzstoffe ungefährlich sind. Uldopolmer bemängelt, möglicherweise schaden die Zusatzstoffe erst bei jahrzehntelanger Aufnahme. Zusatzstoffe können sich gegenseitig beeinflussen und sich in ihren schädlichen Wirkungen verstärken. Der Zusatzstoff selbst ist unter den Bedingungen des Versuchs zwar harmlos, aber in einem Lebensmittel entwickelt er schädliches Potenzial. Letzteres trifft auf künstlich zugesetztes Vitamin C zu. Das ist in vielen fertigen Brotbackmuschungen enthalten, damit der angerührte Teig geschmeidig bleibt und nicht klebt. Beim Backen wandelt sich das Vitamin durch die hohen Temperaturen in Ionsäure um. Diese Substanz raubt dem Körper Vitamin C. Trügerisches Brot, Pulmersit weitere Probleme. Die Hersteller geben Zusatzstoffe zur schnelleren Verarbeitung in die Lebensmittel. Dadurch gehen Arbeitsschritte verloren. Sie entscheiden dare, ob ein Nahrungsmittel gesund ist. Wieder bietet das Grundnahrungsmittelbrot ein gutes Beispiel. Früher hatte jeder Bäcker sein eigenes Geheimrezept, z.B. für Sauerteig. Heute zaubern die meisten Bäcker nur aus einer industriell hergestellten Fertigbackmischung ein Brot. Der Preis dieser Zeitansparung ist die Darmerkrankung und Söliakie beim Kunden, sagt Palmer. Weil Söliakie reizt das Getreideeiweißgluten die Darmwand. Die traditionelle Sauerteigsführung ohne Zusatzstoffe baut Gluten natürlich ab. Keine Deklarationspflicht, noch ein Riesenproblem sieht der Lebensmittelchemiker Uldopulmer. Viele Zusatzstoffe stehen nicht auf der Verpackung. Und das legal. Laut Gesetz müssen die Hersteller nur die Zusatzstoffe mit Funktion für das Endprodukt angeben. Das umfasst z.B. Geschmack, Farbe und Konsistent. Stoffe aus der Produktion dürfen die Hersteller verschweigen. Ein Beispiel, E-Fragezeichen 920, Küstein, sorgt in der Keksfabrik dafür für leicht zu verarbeitenden Teig. Auf der Packung steht es nicht. Es erfüllt für den fertigen Keks keine Funktion. Ein Skandal, sagen Kritiker. Die Lebensmittelindustrie setzt ca. 7500 solcher Zusätze ein. Sie tauchen auf keiner Verpackung auf. Weiter Schöleien, statt künstlichem Glutammat setzen Hersteller von Lebensmitteln Hefextrakt zu. Das ist natürlich, aber gesundheitlich bedenklich. Viele Weinsorten enthalten Sulfite. Das ist ein Konservierungsstoff und löst Migräne aus. Auf der Verpackung stehen natürliche Aromen. So kann natürliches Himbeeraroma aus Sägespinnen des Zedernbaums stammen. Natürlicher Apfelgeschmack aus Weinfusel und Hefeöl oder natürliches Vanillin aus gentechnisch verendeten Bakterien wie Pseudomonas, Enteropacta oder dem Schimmelpilz Aspergillus. Das alles geschieht ganz legal und völlig konform mit Bundes- bzw. EU-Gesetzen. Die Verbraucher fühlen sich getäuscht, sagt Silke Schwartau, Leiterin der Ernährungsabteilung bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Von ihr stammt der Bestseller Was bedeuten die Ähnungen? 870.000 Mal wurde die Broschüre verkauft. Das illustriert den riesigen Informationsbedarf bei den Konsumenten zeigt. Wir fordern seit langem, sagt Silke Schwartau, dass alle Zusatzstoffe vollständig auf den Verpackungen auftauchen. Aber auch dort, wo es keine Verpackungen gibt, müssen die Verbraucher den Inhalt kennen. Die Expertin von der Verbraucherzentrale nennt einige alltägliche Beispiele, an der Wurst- und Käsetheke, Nitritpökelsalz und Phosphate finden sich in lose verkaufter Ware an der Theke ebenso wie in verpackten Produkten. Beim Bäcker, 9 von 10 Bäckern verwenden industriell hergestellte Fertigbackmuschungen mit Zusatzstoffen für Brot und Brötchen. Im Restaurant bekommen wir viel häufiger als gedacht aufgewärmtes und angerührtes aus der Industrie, inklusive Zusatzstoffe. Vorgefertigtes in der Gastronomie, bis zu 98% der Küchen in Deutschland arbeiten mit vorgefertigten Lebensmitteln, empört sich Ernst-Ulrich Wescherberger, Präsident von Eurotorkes Deutschland. Die Köcheorganisation setzt sich für natürliche Lebensmittel ein. Deshalb bekommt die Eurotorkes Lizenz nur, wer auf Zusatzstoffe und vorgefertigte Produkte verzichtet. 480 Restaurants in Deutschland kochen nach diesen Regeln. Und zu Hause? Wie schaffen wir es da, mit weniger Zusatzstoffen auszukommen? Die Ernährungsexpertin Silke Schwartor gibt Tipps. Verwenden Sie vorgefertigte Lebensmittel in Bioqualität. Sie enthalten harmlosere Zusatzstoffe. Achten Sie beim Einkauf genau auf die Etiketten und fragen Sie an den Tag nach den Inhaltsstoffen. Kochen Sie selbst mit frischen Produkten. Mehr Infos, die Verbraucherzentralen beraten zum Thema Zusatzstoffe und Ähnungen. Dort erhält man auch die bereits erwähnte sehr gute und günstige Broschüre. Was bedeuten die E-Nummen? 4,90 Euro. Viele Hintergründe und Fakten liefert Lebensmittelchemiker Uldo Polma in seinem Buch Fotisichen, Punchen erlaubt. Restaurants und Köche, die ohne Zusatzstoffe kochen, finden Sie bei der Eurotorkes Stiftung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017